Die Heilige Schrift in der Übersetzung von Dr. Hermann Menge aus dem Jahr 1928 Die Heilsbotschaft nach Lukas Bekanntlich haben schon viele es unternommen, einen Bericht über die vollbeglaubigten Begebenheiten, die sich bei uns zugetragen haben, so abzufassen, wie sie uns von den ursprünglichen Augenzeugen und Dienern des Wortes überliefert sind. So habe denn auch ich mich entschlossen, nachdem ich allen Tatsachen von Anfang an sorgfältig nachgeforscht habe, alles für dich, hochedler Theophilus, nach der geschichtlichen Folge niederzuschreiben, damit du dich von dem sicheren Grund der Lehren, in den du unterwiesen worden bist, überzeugen kannst. Es lebte zur Zeit des jüdischen Königs Herodes ein Priester namens Zacharias aus der Abteilung Abia. Er hatte eine Frau aus der Zahl der Töchter Aarons, die Elisabeth hieß. Sie waren beide recht beschaffen vor Gott und wandelten in Eingeboten und Satzungen des Herrn ohne Tadel. Sie hatten jedoch kein Kind, weil der Elisabeth Mutterfreuden nicht beschieden waren und beide standen schon im vorgerückten Alter. Da begab es sich einst, als seine Abteilung an der Reihe war und er den Priesterdienst vor Gott zu versehen hatte, dass er nach der Sitte der Priesterschaft durch das Los dazu bestimmt wurde, in den Tempel des Herrn zu gehen und dort das Rauchopfer darzubringen, während die ganze Volksmenge draußen zur Stunde des Rauchopfers betete. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Bei seinem Anblick erschrak Zacharias und furchtüber fiel ihn. Der Engel aber sagte zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet hat Erhörung gefunden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem du den Namen Johannes geben sollst. Du wirst Freude und Wonne darüber empfinden und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß vor dem Herrn sein. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht genießen und mit Heiligem Geist wird er schon von Geburt an erfüllt sein. Viele von den Kindern Israels wird er zum Herrn, ihren Gott, zurückführen und er ist es, der vor ihm einhergehen wird im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten zu führen, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Da sagte Zacharias zu dem Engel, Wie soll ich das für möglich halten? Ich bin ja ein alter Mann und meine Frau ist auch schon hochbetagt. Da antwortete ihm der Engel, Ich bin Gabriel, der vor Gottes Angesicht steht und ich bin abgesandt, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du sollst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tage, an dem diese meine Verheißung sich erfüllt, zur Strafe dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die doch zu ihrer Zeit in Erfüllung gehen werden. Das Volk wartete unterdessen auf Zacharias und wunderte sich darüber, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber heraustrat, konnte er nicht zu ihnen reden. Da merkten sie, dass er eine Erscheinung im Tempel gehabt hatte und er seinerseits winkte ihn wiederholt zu und blieb stumm. Als dann die sieben Tage seines Priesterdienstes zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Nach diesen Tagen aber wurde seine Frau Elisabeth guter Hoffnung. Sie hielt sich fünf Monate lang in tiefer Zurückgezogenheit und dachte, So hat der Herr an mir getan zu der Zeit, die er dazu ersehen hat, meine Schmach bei den Menschen von mir zu nehmen. Im sechsten Monat wurde dann der Engel Gabriel von Gott nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die mit einem Manne namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Die Jungfrau hieß Maria. Als der Engel bei ihr eintrat, sagte er, Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen! Sie wurde über diese Anrede bestürzt und konnte sich nicht erklären, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst guter Hoffnung werden und einen Sohn bekommen, den du den Namen Jesus geben sollst. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakobs in alle Ewigkeit herrschen, und sein Königtum wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel, Wie soll das möglich sein? Ich weiß doch von keinem Manne! Der Engel gab ihr zur Antwort, Heiliger Geist wird auf dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und wisse, Elisabeth, deine Verwandte, ist ebenfalls trotz ihres hohen Alters mit einem Sohn gesegnet und steht jetzt im sechsten Monat. Sieh, die man unfruchtbar nennt, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da sagte Maria, Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Da schied der Engel von ihr. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und wandelte eilends in das Bergland nach einer Stadt im Stamme Judah. Dort trat sie in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Da begab es sich. Als Elisabeth den Gruß der Maria vernahm, hüpfte das Kind in ihrem Schoß. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme aus. Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Schoßes. Doch woher wird mir dieses Glück zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Schoße. O selig bist du, die du geglaubt hast, dass die Verheißung, die der Herr dir gegeben hat, Erfüllung finden werde. Darauf sagte Maria. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat über Gott, mein Retter, gejubelt, weil er die Niedrigkeit seiner Magd angesehen hat. Denn siehe, von nun an werden alle Geschlechter mich selig preisen, weil der Allmächtige Großes an mir getan hat. Ja, heilig ist sein Name und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht denen zuteil, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm, er zerstreut, die da hoffertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stürzt Machthaber vom Thron und erhöht Niedrige. Hungrige sättigt er mit Gütern und lässt Reiche leer ausgehen. Er hat sich seines Knechtes Israel angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er unseren Vätern verheißen hat, dem Abraham und sein Nachkommen in Ewigkeit. Maria blieb dann etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrte hierauf nach Hause zurück. Für Elisabeth aber kam die Zeit ihrer Niederkunft und sie wurde Mutter eines Sohnes. Als nun ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr ihr so große Barmherzigkeit erwiesen habe, freuten sie sich mit ihr. Am achten Tage kamen sie dann zur Beschneidung des Kindes und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Doch seine Mutter sagte abwehrend, Nein, er soll Johannes heißen. Sie entgegneten ihr, In deiner Verwandtschaft gibt es doch keinen, der so heißt. Da winkte sie dem Vater die Frage zu, wie er ihn genannt haben wollte. Der forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte darauf, Johannes ist sein Name. Alle verwunderten sich darüber. Da wurde ihm in demselben Augenblick der Mund aufgetan und seine Zunge gelöst. Er konnte wieder reden und pries Gott. Da kam Furcht über alle, die in ihrer Nachbarschaft wohnten und im ganzen Berglande von Judäa wurden alle diese Begebenheiten viel besprochen und alle, die davon hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten, Was wird wohl aus diesem Kinde werden? Und die Hand des Herrn war auch wirklich mit ihm. Da wurde sein Vater Zerarias mit Heiligem Geist erfüllt und sprach die prophetischen Worte, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk gnädig angesehen und ihm eine Erlösung geschafft und uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause seines Knechtes David. So hat er es durch den Mund seiner heiligen Propheten von Alters her verheißen. Retten will er uns von unseren Feinden und aus der Gewalt aller derer, die uns hassen, um unserer Väter Barmherzigkeit zu erzeigen und seines heiligen Bundes zu gedenken. Er hat ja unserem Vater Abraham zugeschworen, uns zu erretten aus der Gewalt unserer Feinde und uns zu verleihen, dass wir ihm furchtlos dienen in Frömmigkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen alle Tage unseres Lebens hindurch. Aber auch du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst vor dem Herrn einhergehen, ihm die Wege zu bereiten. Du sollst seinem Volk die Erkenntnis des Heils verschaffen, das ihnen durch Vergebung ihrer Sünden zuteil werden wird. So will es das herzliche Erbarmen unseres Gottes, durch das uns der Aufgang aus der Höhe erschienen ist, um denen Licht zu geben, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und um unsere Schritte auf den Weg des Heils hinzulenken. Das Kind aber wuchs und wurde stark am Geist und lebte in der Wüste bis zum Tage seines öffentlichen Auftretens vor Israel. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, es solle eine Volkszählung im ganzen römischen Reiche vorgenommen werden. Das war die erste Zählung, die zu der Zeit stattfand, als Quirinius Stadthalter von Syrien war. Da machten alle sich auf, um sich in die Listen eintragen zu lassen, ein jeder in seine Heimatstadt. So zog denn auch Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth nach Judäa hinauf, nach der Stadt Davids, mit Namen Bethlehem, weil er aus Davids Haus und Geschlecht stammte, um sich da selbst mit Maria, seiner jungen Ehefrau, die gute Hoffnung war, eintragen zu lassen. Während ihres dortigen Aufenthalts kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren ersten Sohn, den sie in Windeln wickelte und in eine Krippe legte, weil es sonst keinen Platz in der Herberge für sie gab. Nun waren Hürden in derselben Gegend auf Reimfelde und hielten in jener Nacht Wache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie gerieten in große Furcht. Der Engel aber sagte zu ihnen, Fürchtet euch nicht, seht, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volke widerfahren soll. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und dies sei das Zeichen für euch. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge himmlischer Herrschern, die Gott lobten mit den Worten, Ehre sei Gott in Himmelshöhen und Friede auf Erden, in den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Als hierauf die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Männer, die Hürden zueinander, Wir wollen doch bis nach Bethlehem hinübergehen und uns diese Begebenheit ansehen, die der Herr uns hat verkündigen lassen. So ging sie denn eilends hin und fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Krippe lag. Als sie es gesehen hatten, teilten sie ihnen die Verkündigung mit, die sie über dies Kind vernommen hatten. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über die Erzählung der Hürden. Maria aber behielt alle diese Mitteilungen und überdachte sie in ihrem Herzen. Die Hürden kehrten dann wieder zurück, sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, genau so, wie es ihnen von den Engeln verkündigt worden war. Als dann acht Tage vergangen waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, der schon vor seiner Empfängnis von dem Engel angegeben worden war. Als dann die vierzig Tage ihrer Reinigung nach dem mosaischen Gesetz zu Ende waren, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Jeder erstgeborene Knabe, der zur Welt kommt, soll dem Herrn geheiligt heißen. Zugleich wollten sie das Opfer nach der Vorschrift im Gesetz des Herrn darbringen, nämlich ein paar Toteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, da lebte ein Mann in Jerusalem namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig. Er wartete auf den Trost Israels und es war Heiliger Geist auf ihn gekommen. Vom Heiligen Geist war ihm auch geoffenbart worden, er solle den Tod nicht sehen, bevor er den vom Herrn zum Messias Gesalbten gesehen habe. So kam er denn damals vom Geiste getrieben in den Tempel und als die Eltern das Jesuskind hineinbrachten, um nach dem Brauch des Gesetzes mit ihm zu verfahren, da nahm auch er es auf seine Arme und pries Gott mit den Worten, »Herr, nun rufst du deinen Knecht ab, wie du verheißen hast in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und eine Verherrlichung deines Volkes Israel.« Die beiden Eltern Jesu verwunderten sich über das, was da von dem Kinde gesagt wurde. Simeon segnete sie dann und sagte zu Maria, seiner Mutter, »Wisse wohl, dieser ist bestimmt zum Fallen und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, das Widerspruch erfährt. Und auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, so sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden.« Es war da auch eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Phanuels aus dem Stamme Asser. Die war hochbetagt. Nur sieben Jahre hatte sie nach ihrer Mädchenzeit mit ihrem Manne gelebt und war dann Witwe geblieben bis zu 84 Jahren. Sie verließ den Tempel nicht, wo sie Gott mit Fasten und Beten bei Tag und Nacht diente. Diese trat auch gerade in dieser Stunde herzu, pries Gott, und redete von dem Kinde zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Nachdem sie dann alle Vorschriften, die im Gesetz des Herrn enthalten waren, erfüllt hatten, kehrten sie nach Galiläa in ihren Wohnort Nazareth zurück. Der Knabe aber wuchs und wurde stark und mit Weisheit erfüllt und die Gnade Gottes ruhte auf ihm. Seine Eltern pflegten alle Jahre zum Osterfest nach Jerusalem zu reisen. Als er nun zwölf Jahre alt war und sie wie gewöhnlich zur Festzeit wieder hinaufgezogen waren, blieb, als die Festtage zu Ende waren und sie sich auf den Heimweg machten, der Knabe Jesus in Jerusalem zurück, ohne dass seine Eltern es merkten. In der Meinung, er befinde sich bei der Reisegesellschaft, ging sie eine Tagereise weit und suchten ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach drei Tagen endlich fanden sie ihn, wie er im Tempel mitten unter den Lehrern saß und ihnen zuhörte und auf Fragen an sie richtete. Und alle, die ihm zuhörten, stauten über sein Verständnis und seine Antworten. Als sie ihn dort sahen, wurden sie betroffen und seine Mutter sagte zu ihm, Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Dann, siehe, dein Vater und ich haben dich mit Angst gesucht. Da antwortete er ihnen, Wie habt ihr mich nur suchen können? Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Aber sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Er kehrte dann mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt all diese Worte fest in ihrem Herzen. Jesus aber nahm zu an Weisheit, Körpergröße und Wohlgefallen bei Gott und den Menschen. Bedenke, was im 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 3 steht. Denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden und sich nach eigenen Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen. Von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Es ist der Unglaube, der das Gute und Richtige verdreht, verzehrt und verspiegelt. Es ist der Glaube an den Weg, die Wahrheit und das Leben, der Einheit, Freiheit und Frieden ermöglicht. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de was man resistiert. Vielen Dank.